Ich habe bei Xenon im Grunde so einen Einstieg in diese ganze Mediensache gefunden. Vielen Dank für diese. Sehr bedanke ich mich. Ich gehe zur nächsten Station. Und wir gehen zurück zu Monika. Ich habe bei Xenon gelernt, wie ich mit Avid umgehe, wie ich schneiden kann. Ich habe zum ersten Mal gelernt, wie ich mit Tonaufnahme umgehe. Das habe ich davor noch nie gemacht. Also durch Xenon habe ich vor allem dann auch herausgefunden, in welche Richtung ich dann weitergehen möchte. Ich habe dann ein Praktikum bekommen über Xenon-Kontakte, die man dann also mit irgendwie bekommt. Und habe dann dadurch wiederum einen Studienplatz an der Beutho-Hochschule bekommen und studierte jetzt audiovisuelle Medien. Jetzt mache ich das. Xenon macht besonders, dass ganz viele Leute mit wenig Erfahrung, die aber Bock drauf haben, auch kommen können und es sich ausprobieren können.